Welchen Studiengang will ich studieren? Ideen zum Deutschen-Niederländischen Hochschultag am 7. November 2020. Hier Tiermanagement, Beschreibung unten. An der Van Halenstein, studieren tut man das in Leowaden, ist ein vierjähriges Studium für alle, die ein Herz für Tiere haben, beziehungsweise Tiere, die Leidenschaft sind. Ob das Pferdemanagement ist, ob das Wald-Life-Management ist, das heißt die Rettung der letzten Tiere. Das ist ein Studiengang, über den ihr euch umfassend am 7. November 2020 auf dem Deutschen-Niederländischen Hochschultag informieren könnt.